wie ich das dann mach hoffentlich stirbt jetzt Läthinig oder Läthinig oder wie auch immer, wie man das ausspricht und Navarre müssen wir nachher auch machen ich glaube ab 71 oder so, dann macht man das immer wiederholbar und naja sehr nervig, aber auch Navarre war das genau aber auch sehr schnell geht das rum, dass man dann halt Level Up wird so, hallo was soll das kein Drop what the fuck da haben wir es wieder, mega nervig ach naja dann muss man halt immer wieder hier ah gut, das wäre natürlich dann viel zu einfach, wenn man immer genügend Drops bekommt oder nicht so lange hier rumwuselt das wäre natürlich fantastisch, aber aber dass ich jetzt hier gar nichts droppe gut, das ist kriminell guck mal, wie können wir das mal hier aufsammeln da unten haben wir es da zack, zack und zack egal ich glaube die Templer oder Kreuzritterspielen haben schon besseres an Equipment von daher ist das ja ein Witz was ich denen anbieten würde ne und außerdem gibt es auf 70 hier diese Blue Waffen und von daher nimm die meisten eh lieber diese Waffen da haben wir wieder eine und gut 13 Stück also normalerweise geht das richtig ruckzuck aber anscheinend ja weiß ich nicht müssen wir mal gucken wie lange wir hier noch brauchen oh die machen ganz schön ah guck mal das ist aber auch krass der Unterschied dass die sehr viel Schaden machen weil vorher war das ja gar kein Problem ne gut aber es ist einfach viel zu verlocken und es ist natürlich komplett also undegen dass wir hier nicht genug von denen heute halt gedroppt bekommen so und wir machen nochmal rein auf den hier sehr gut Haut noch eine Haut noch eine Haut zehn Stück also die Hälfte wunderbar Geschicklichkeit ist gesunken okay das ist in Ordnung und sind wieder alle Daten natürlich nicht jetzt jetzt geht's los das ist gut waren die nur drei Stück ich glaube nicht noch eine Haut sehr gut ja und dann ja müsste ich rein theoretisch noch eine Apfel suchen und Kräuterwurzeln worauf ich hier eigentlich nicht so eine große Lust habe aber das muss ja auch sein also das Sammeln von Kräutern und Äpfeln so und wieder gesunken es ist so nervig aber gut drei Sekunden das geht ja immer ruckzuck von daher ist das immer ganz cool als Magier aber wenn man kein Magier dabei hat oder ist dann ist es immer ein bisschen blöd so noch eins sehr gut ja das wird schon so langsam oh oh verdammt verdammt wir können ja mal einen nehmen und oh verdammt sind doch zwei ok und zack sehr gut ich will eigentlich gerne mal gucken wie der Karren Silberring was er für Statuswerte sind das interessiert mich eigentlich obwohl wir das ja uns ja eh nicht leisten können oder ja nicht nutzen kann und ja naja sehr gut noch ein Pool und dann sollten wir das eigentlich zusammen haben die Quest das ist sehr gut ja und wir haben 38% glaube ich noch immer gehabt wir haben mittlerweile über 1.000.000 Erfahrung gut wir haben auch eine Quest abgegeben aber naja immerhin ist es schon ganz gut so machen wir einmal hier so eine Runde yes und wir haben es sehr gut zack und zack wunderbar gerne würde ich gerne wissen was das für eine Karte ist Findling haben wir ja schon ja zerstören so und wir haben es endlich geschafft und können kurz nach ähm ähm älterin uns porten so wir müssen mal gucken ob wir alles abgeben können weil nicht das dann irgendwie naja ihr wisst hier mit dem ganzen abgeben und Inventarplatz ist äh oder kein Inventarplatz oder Inventar ist voll und obwohl man ja naja ihr wisst schon ähm Desarsten Ruhm Meister aber und hier sind die 30 goldenen Fledermausflügel hoffentlich reicht die Zeit was muss ich als nächstes tun ja erst mal das Inventar aufräumen ich weiß ähm diese Kräutervurzel ach wir kaufen erst mal zack und zack so dann warte mal ähm klicken wir ihn kurz an weil falls wir denn jetzt das abgeben na gut na gut ist egal na gut ist egal dann äh gehen wir weiter und hoffentlich können wir dann irgendwann das abgeben weil es ist mega nervig mit dem nicht abgeben können so oh oh schau es dir an oh es ist nicht süß oh Siby werde jetzt nicht eifersüchtig sehr schön und wir haben jetzt einen Platz frei das ist sehr gut und haben jetzt 47% wunderbar so dann klicken wir nochmal hier rauf einmal zu schon Vielen Dank.